Seit Jahren plagen die Menschheit viele extreme Wetterkatastrophen, wie zum Beispiel die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 oder das Erdbeben im Grenzgebiet von Türkei und Syrien 2023. Diese Wetterereignisse werden mit den menschengemachten Klimawandel in Verbindung gebracht, an dem hauptsächlich wir einfachen Bürger und die Industrie schuld sein sollen. Eine weitere wichtige Ursache muss hier aber ins Blickfeld gerückt werden. Es befinden sich gefährliche chemische Stoffe in unserer Atmosphäre. Doch wie kommen sie dahin und wie wirken sie sich auf unser Leben aus? Die Rede ist von Geoengineering-Maßnahmen, die offiziell der Erderwärmung entgegenwirken, dabei jedoch stark in unser Klimasystem eingreifen. Nachfolgend fassen wir wichtige Aspekte aus dem Dokumentarfilm Solaris Geoengineering – Der geheime Krieg zusammen. Aspekte, die ein neues Bewusstsein für die wirklich großen Klimasünder schaffen. Was sind Chemtrails und wo haben sie ihren Ursprung? Ein Teil der Geoengineering-Maßnahmen sind die sogenannten Chemtrails, unechte Kondensstreifen, die häufig kreuz und quer am Himmel erscheinen. Das Wort Chemtrails, chemische Kondensstreifen, kommt ursprünglich aus dem militärischen Bereich. Es wird verwendet im Space Preservation Act, einem Gesetz zum Schutz des Weltraums, das auch Empfehlungen für die modernen Wettermodifikationsprogramme beinhaltet. In diesem Zusammenhang ist auch von einer Kommission die Rede, die die zerstörerischen Geoengineering-Maßnahmen der Regierung mit Behörden, Universitäten und Freischaffenden koordiniert. Weiter belegt der Dokumentarfilm 1995 unternahm die US Navy eine umfangreiche Studie, die dutzende Dokumente über spezifische Techniken zur Gestaltung einer globalen Kontrolle beinhaltet. Das Dokument ist bekannt als Owning the Weather in 2025, also die Beherrschung des Wetters bis 2025. Nach Einsichtnahme in die Diagramme und Bilder folgerten wir, dass bereits 1995 Klima- und Wetterkontrolloperationen in einer fortgeschrittenen Implementierungsphase eingebunden waren. Tatsächlich ist unser Himmel gestreift, undurchsichtig und neblig seit mindestens 1995. Was genau passiert, wenn Flugzeuge Chemtrails aussprühen? Chemtrails sind zusammengesetzt aus dem gewöhnlichen Flugtreibstoff, Kerosin und einem Additiv, einem sogenannten Zusatz. Edward Teller, der Erfinder der Wasserstoffbombe, schlug auf einem Kongress für Klimawandel 1997 in Sizilien vor, auch in der zivilen Luftfahrt Additive dem Treibstoff beizufügen. Seitdem werden diese Chemikalien nicht mehr nur von Militär, sondern auch von Passagierflugzeugen eingesetzt. Der italienische Physiker Corrado Penner beschreibt, dass man keine großartigen Berechnungen anstellen muss, um den Unterschied zwischen Chemtrails und Kondensstreifen zu untersuchen. Es ist bekannt, dass Kondensstreifenphänomene nur in Höhen von mindestens 8000 Meter, mit Temperaturen von mindestens minus 40 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von mindestens 60 Prozent auftreten. Weshalb aber erscheinen die Streifen bei Flugzeugen in mittleren bis niedrigen Flughöhen trotzdem? Sie erscheinen, weil sie künstlich erzeugt sind. Es handelt sich um keine Kondensation, sondern um die Verbrennung der Additive im Flugbenzin. Dies führt zur Bildung von unechten Kondensstreifen und dem Herabsinken von Polymeren in der Form von feinen Fäden. In Untersuchungen dieser Substanzen wurden Barium, Aluminium, Mangan sowie eine Reihe weiterer Elemente gefunden. Biologen machen deutlich, dass das keine normalen Elemente der Atmosphäre sind. Sie bestätigen, die sogenannten Chemtrails sind kein natürliches Phänomen, sondern ein künstliches. Wie wirken sich die Substanzen der Chemtrails auf unsere Gesundheit aus? Barium verursacht große Probleme der Muskelregeneration, erschädigt das Herz sowie innere Organe. Aluminium ist ein neurotoxisches Metall, das das Nervensystem negativ beeinflusst. Es trägt zur Demenz bei und löst Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson aus. Außerdem fand man noch Ethylindibromid, was die Umweltschutzagentur als gesundheitsschädliches Insektizid einstuft. 2012 wurden Fasern aus Chemtrails von einem verifizierten französischen Labor untersucht und als komplexe, polymere Organismen auf Basis synthetischer Chemikalien analysiert. Synthetische Polymere oder Mikroplastiken sind eine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit und eine massive Umweltbelastung. Die Proben enthielten noch andere, giftige, synthetische Substanzen. Drei von vier Proben enthielten DEHP, ein gefürchteter Weichmacher, der das Hormonsystem beeinflusst und die Fortpflanzung gefährden kann. Die Konsequenzen des illegalen Geoengineering sind offensichtlich, denn neurodegenerative Krankheiten, Schlaganfälle und Tumore haben in den letzten zehn Jahren stark zugenommen. Wer aber profitiert von dieser Wetterwaffe Geoengineering? Da Sauerstoff und Wasserdampf viele Voraussetzungen für die drahtlose Kommunikation oder auch für die Funkkommunikation eindämmen, soll Geoengineering hier nachhelfen. Geoengineering-Maßnahmen können eine Atmosphäre erschaffen, die auf die militärischen und zivilen Anforderungen für drahtlose Kommunikation zugeschnitten ist. Außerdem bedeutet Kontrolle über die Wetterereignisse die Beherrschung der Wirtschaft und die Kontrolle über die Ressourcen. Zum Beispiel kann die Ernte beschädigt oder zerstört werden, hervorgerufen durch langanhaltende Trockenheit oder Starkregen. Multinationale Nahrungsmittelkonzerne wiederum entwickeln genmanipuliertes Saatgut, das in Dürregebieten überleben kann. Riesige Gewinne werden auch mit Spekulationen auf den Finanzmärkten gemacht. Während viele Unternehmen unerwartete Krisen abfangen müssen, gibt es viele Menschen, die durch solche Krisen enorm große Gewinne machen. Nachdem Hurricane Katrina Louisiana verwüstet hat, bekamen beispielsweise Millionäre, die dem Bush Junior Circle angehören, bei Auktionen den Zuschlag für den Wiederaufbau der Fabriken. Liebe Zuschauer, Während die Massenmedien, Pseudowissenschaftler und Politiker den menschengemachten Klimawandel einseitig zulasten des einfachen Bürgers auslegen, wird der Einsatz von klimaverändernden Maßnahmen hartnäckig verschwiegen. Lassen wir uns nicht länger hinters Licht führen und holen wir all diejenigen aus dem Schatten hervor, die unnatürliche Klimaveränderungen erzeugen und damit die Gesundheit der Menschen ruinieren und unsere wunderschöne Erde zerstören. Das können wir nur gemeinsam bewältigen, durch Vernetzung und Verbreitung von Sendungen wie diese. Und dann wird das mit der nächsten Mal wieder auf dem Schatten hervorragenden das in der Beschreibung von Sendung. Das können wir auch in der Beschreibung des Zwei-Numberlanden Das können wir auch in der Beschreibung des Zwei-Numberlanden